Darf ich noch kurz um die Aufmerksamkeit bitten? Ich mache jetzt hier das Schlusswort. Das Schlusswort ist Danke. Wir danken allen, die mitgeholfen haben und unterstützt haben. Aber insbesondere danken wir den Besuchern und Besucherinnen, die einen Anlass ausmachen und engagiert sich an Diskussionen und Workshops beteiligen. Wir schließen heute mit einer Live-Laptop-Performance von Limecode. Das dauert, es gibt zwei Performances. Sie werden sich selber in der Mitte dann noch vorstellen. Nach den Performances können wir in Karo noch länger sein. Das Restaurant ist offen bis um halb zehn. Also es gibt Essen bis um halb zehn, das Restaurant ist länger. Ja, in dem Sinne, danke vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Do you agree? 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 Do you agree agree? Do you agree? We'll keep the situation under control. Could I leave voluntarily? Well, I guess there's always that option. Do you agree not to violate or encourage any conduct that would violate any applicable law or regulation or would give rise to civil liability? Yes, I do. Do you agree not to upload, post, or otherwise make available commercial messages or advertisements, pyramids, schemes, or other disruptive notices? Yes, I have to. You have agreed. You have agreed. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. Und... 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Lachen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.